Einen Taschendieb! Der da mit der Maske! Gib Gas! Jetzt darf ich mir! Kein Stress! Das ist mein Sohn. Wir beide sind ein gutes Team. Nicht so schnell! Jetzt chill doch mal! Keine Bewegung! Kennen Sie Miami? Äh, nein. Sie werden es lieben. Ein Franzosen-Bulle? Ja, aus Belleville. Ich räume mir ein bisschen auf. Vergiss es. Du kannst bei mir zu Hause aufräumen. Mehr nicht. Hast du sie noch alle? Willst du mich verarschen, oder was? Ich darf hier keine Waffe tragen. Ich darf hier keine Zeugen ausquetschen. Alles klar, Mädels? Ja. Darf ich überhaupt irgendwas? Nada. Ihr Autoschlüssel. Och, nö. Ein Twingo? Das ist meiner. Steiger. Das ist deiner? Bei Miami Vice hätten die so eine Kiste nicht mal angefasst. Hm.